hallo ihr lieben heute habe ich mal wieder einen buchstaben schlüsselanhänger ich mag die ja total gerne ich mache die sehr gerne einfach weil das für mich so schöne geschenke halt auch sind und ja dementsprechend ist das natürlich dann auch immer eine kleine freude die ganzen sachen machen zu dürfen muss dazu sagen ich habe das rausform diesmal nicht mitgefilmt oder das letzte mal ja auch schon nicht weil ich immer so begeistert bin weil ich die halt raus hole dann gleich die anhänger ran mache und so damit zeit zusammen aushärtet und dann war das auch so schnell dass ich das gerne derjenigen in die hand drücken wollte dass ich dann einfach gedacht habe ja gut so ein mist habe aber die beschenkte noch mal gefragt ob sie mir nicht dann einfach ein foto schicken kann und das hat sie netterweise auch gemacht und dadurch freue ich mich natürlich diesmal ist es kein rosaner sondern etwas grünliches und ich lieb es ich liebe es einfach sehr ich bin da gerade auf diesem grünen trip und genau ich habe es sehr vorsichtig bei buchstaben man hat ja nicht so viel fläche wo man es jetzt machen kann aber das vollkommen okay man kann auch mit kleinen sachen so unglaublich viel machen und habe es dann wirklich mit unterschiedlichen grünen tollen und habe da einfach so ein bisschen bundes glas beziehungsweise so eine gold splitter reingemacht und werdet aber alles sehen ich habe es komplett ungekürzt also ich lasse es genau so ohne irgendwas rauszunehmen oder ähnlichen ihr seht also komplett alles genau so wie es gewesen ist also ihr werdet auch keinen schnitt irgendwo sehen dass das jetzt irgendwie gekürzt wurde oder so also wirklich komplett und das mir ja sowieso immer relativ wichtig weil ich das einfach gut finde wenn man einfach genau das eben auch zeigt so wie es ist ich habe manchmal in die dabei videos einfach gehabt dass dort halt oft sachen weggelassen wurden wo ich gerne geguckt hätte was hat wie haben sie es jetzt gemacht und dementsprechend habe ich mir geschworen ich versuche es zumindest immer so zu machen es gibt natürlich videos wo ich auch sachen rausschneide das sind aber oft sachen wo ich dann halt eine längere zeit dann immer das gleiche mache und dann macht das einfach keinen sinn ne und ja hier wie gesagt ich habe sehr minimalistisch auch gearbeitet habe das ganze also wirklich dementsprechend mit grün mit transparenten harz mit so kleinen glas splittern wie gesagt gemacht und ich finde es so schön ich also ich mag das ergebnis sehr ich bin gespannt was ihr gerne dazu sagt und will trotzdem übrigens noch mal darauf hinweisen auch wenn das so schöne geschenke sind und jeder jetzt vielleicht denkt oder das kann ich ja mit meinem kind eventuell auch machen bitte immer darauf achten epoxietarts ist kein spielzeug bitte immer darauf achten wenn jemand sagt okay ich will es trotzdem mit meinem kind machen handschuhe sind wichtig kein hautkontakt sollte gemacht werden eine maske sollte getragen werden und einfach unglaublich vorsichtig das sind einfach chemische reaktionen die dort passieren und das ist einfach kein spielzeug ich wollte nur noch mal gesagt haben in anderen videos habe ich bin ich da auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingegangen jetzt ist einfach ein relativ kurzes video deswegen belasse ich es bei kurzen warnungen und dann wird es glaube ich auch werden aber wie gesagt ist einfach immer wieder wichtig ich sehe manchmal einfach es gibt mittlerweile so viele sets die einfach so verkauft werden ohne wirklich darauf hinzuweisen dass das einfach kein spielzeug ist und ich finde das so schade es gibt es bei action das gibt es überall irgendwie so kleine diy sets ich habe es jetzt letztens wie hieß der kanal qvc habe ich auch gesehen dort wurde es auch verkauft ich finde das so blöd dass dann eben dort zum großteil überhaupt nicht darauf hingewiesen wird und ich hoffe einfach dass da die eltern sich vorher kundig mitmachen was dann eben oder nicht nur eltern also generell ja auch ne und genau passt einfach auf euch auf ja und ansonsten hier ich streusel gerade die bunten glas crackles rein ich wie gesagt ich mag die total ich bin dadurch zufall eigentlich drauf gestoßen und finde die so mega hatte mir schon vor zwei drei jahren mal die goldenen die da jetzt liegen und aber eigentlich mag ich diese bunten halt auch sehr weil die so ein bisschen farbe ins leben bringen und ja ansonsten ich freue mich aktuell sehr es sind aktuell einige abonnenten dazu gekommen ich war total baff und das lag glaube ich an den zwei letzten die er weiß die ich hochgeladen habe weil ich da jeweils so ein bisschen 3d technisch gearbeitet habe ich hoffe die leute gehen nicht gleich wieder wenn ich jetzt irgendwie mal was anderes hochlade einfach weil mein kanal ist halt vielfältig ich mag es halt sehr wenn einfach so viel ausprobiert wird und da jetzt ich freue mich auch immer wenn ich andere zum basteln animiere weil das einfach so eine wunderschöne freizeit gestaltung ist ich habe letztens paar waschi tapes verschenkt ich konnte mit dem waschi tapes nicht so richtig anfangen das ist aber vielleicht ist es ein paar jahren anders weil dann irgendwie was kommt was ich gerne machen möchte und aber die haben sich auch so gefreut einfach weil die kinder da gerade einfach so ein bisschen mit dem waschi tape immer irgendwas verschönern und basteln und dadurch ist es glaube ich was schönes ich habe bei einer anderen habe ich gesehen die hat mit ihren kindern window color gemacht das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen muss ich mal sagen also ich bin total überrascht dass das noch so fabriziert wird oder praktiziert und ich finde schön ich habe es früher auch sehr gerne gemacht und aber ja dementsprechend weiß sehr überrascht und habe mich gefreut dass da so ein bisschen einfach das basteln immer so auch noch gemacht wird und ja ich wollte wie gesagt nur sagen ich freue mich gerade sehr dass da so viele abonnenten dazu gekommen sind heute habe ich so eine magische zahlen nämlich die 787 also 787 bin ja so ein zahlen spielerei und freue mich da eigentlich drüber wenn dann so bestimmte zahlen kommen wo ich wo mein kleiner zahlenmonk dann immer sich freut und ja ja ihr seht sind ganz viele kleine schritte die ich jetzt bei den buchstaben mache einfach ganz unterschiedliche grüntöne die da einfach ein passen weil ich glaube und so ein dunkelgrün und neilgrün das passt so mega schön zusammen und wie gesagt schlüsselanhänger hat einfach was so schönes was man verschenken kann eine freundin der habe ich glaube ich jetzt den gefühltesten zwanzigsten schlüsselanhänger gemacht und sie freut sich immer so drüber und ich freue mich dann noch viel mehr mit und ist dann einfach so was schönes wenn man jemand eine freude machen kann und weil ich das so von herzen mache also falls diejenige es hört es kommt von herzen und ich mache es immer wieder gerne und dass die eben auch mal kaputt gehen ist einfach so und meistens mache ich ihr dann aber gleich zwei und irgendwann kommt dann die info ich bröchte da mal wieder ein weil der letzte ist jetzt kaputt gegangen ja und hier habe ich übrigens ich habe es jetzt auch drinnen gelassen ich habe ja jetzt so ein kleines projekt im hintergrund laufen ich weiß noch nicht vielleicht kann ich demnächst jetzt in angriff nehmen weil ich gerne mit den resten habe ich immer so sternchen muscheln herz ich glaube das war's habe ich immer gegossen und weil ich die kleinen silikonform echt schön finde auch für reste gießen und so und jetzt hatte ich dann überlegt dass ich mit diesen kleinen sachen dann ein projekt mache ich hoffe das wirkt dann auch so wie ich es mir gerne vorstelle ich bin sehr gespannt also lasst euch da überraschen und ich lasse mich genauso überraschen ob das so schön darüber kommt wie ich es mir wünsche und aber hier habe ich eben halt wirklich mit den letzten resten von grün transparent weiß habe ich einfach dann die kleinen sternchen gegossen und die habe ich euch als ergebnis übrigens auch mit hinten dran gehangen auch da habe ich leider sind form nicht mit gefilmt aber das vollkommen okay die form ist übrigens die kommt oder generell die form die kommen matt raus also die sind nicht so glänzend und ich habe es vorher jetzt auch nicht gesehen ich denke da gibt es ein anzeichen dass man weiß wie die rauskommen für mich aber auch vollkommen egal gewesen ob die jetzt matt oder glänzend sind es gibt wunderschöne matte ergebnisse die einfach wo ich immer denke auf wie schön glänzend würden die vielleicht gar nicht so rüber kommen und dadurch ist es glaube ich vollkommen egal ob die jetzt glänzend oder matt sind es gibt natürlich auch formen die möchte man gerne glänzend haben und dann muss man natürlich darauf achten ich hatte irgendwann mal mir auch eine form gekauft glaube mit so einer hamse hand und auch mit für eine seifenschale und ich fand das so ein bisschen schade dass die wirklich mal rausgekommen ist weil ich die gerne glänzend gehabt hätte ich habe mir dann noch mal eine neue gekauft wobei ich die matte mittlerweile auch sehr mag das hat so ein eiseffekt in dieser form für mich weil ich da auch ein bisschen mit transparent gearbeitet habe und finde die also wunderschön und ja also da immer so ein bisschen schauen da gibt es ganz viele unterschiede und mir geht es oft einfach dass ich diese form haben möchte einfach weil da keine ahnung als beispiel war ich ja jetzt sehr maritim unterwegs mit dem anker mit moin und das war dann auch vollkommen okay dass da ein zwei dann eben matt rausgekommen sind und da ging es mir halt wirklich um die form an sich was da rauskommt und nicht wie sie rauskommt ich hoffe es war verständlich genau und mit den silikonformen kann man ja so viel machen und wie gesagt bei epoxid hat es einfach so viele möglichkeiten ihr seht auch links die farben da gibt so viele farben möglichkeiten es gibt pulver es gibt pasten und wie gesagt mir ist eigentlich immer nur wichtig dass gut aufgepasst wird dass kein kontakt kommt ich hatte irgendwann mal da ist mir das irgendwie an die hand gekommen und da hatte ich dann tatsache im moment noch mit zu tun dass da irgendwie so ein leichter ausschlag passiert ist also dadurch einfach darauf achten es ist einfach so so wichtig wie gesagt hier habe ich eben jetzt meine handschuhe immer an und das vollkommen okay genau so und ja dementsprechend gehört das einfach immer mit dazu ihr seht übrigens hier ich räume dann so ein bisschen auf es gibt ich nutze in der regel alles öfter ist für mich irgendwie gehört das mit dazu weil es einfach erstens viel geld kostet und zweitens wenn es ausgehärtet ist kann man sehr locker noch mal nehmen es gibt aber irgendwann diesen moment wo ich sage jetzt ist vorbei jetzt will ich es auch nicht mehr aushärten lassen zum teil werden die becher dann immer schwerer sage ich jetzt mal weil da einfach ein bisschen rest da einfach drinnen bleiben da kann man das noch so gut austrocknen also aus kratzen und dadurch aber wenn ihr wirklich damit arbeitet ihr könnt die handschuhe mehrfach nehmen ihr könnt die einfach so hinlegen dann aushärten lassen ihr solltet ihr jetzt vielleicht nicht auf eine oberfläche legen die euch wichtig ist weil natürlich könnte es festkleben also auch da unbedingt aufpassen ich habe mir irgendwann meinen ich habe mir mit diesem pulver zum beispiel habe ich mir mein tisch so ein bisschen versemmelt damals als erstes und ja also wie gesagt gut aufpassen hier sind die sternchen und ich sage auch schon tschüss erst mal für heute und ich hoffe wir sehen uns nächste oder übernächste woche ich entscheide immer spontan gerade jetzt in den sommerferien ist vielleicht nicht so der bedarf da und aber ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis bald